halli hallo hallo liebe leute willkommen bei einer weiteren aufnahme von outlast whistleblower ja ihr werdet euch fragen warum bin ich hier ich habe mir auf screen noch mal die aufnahme anguckt und ich weiß jetzt wo wir lang laufen müssen nur ich intelligenz besser bin angekommen und habe ein neues spiel angefacht und ja ich habe jetzt noch bisher gespielt aber es dürfte immer noch auf albtraum ja immer noch auf albtraum gestellt sein und das wird jetzt etwas zügiger gehen es ist wirklich eine abartig eklige stelle es ist sowas von eklig hier zu spielen menschen weg auszufinden ich weiß jetzt schon dass der typ uns ganz ganz oft ganz ganz doll die laune verderben wird was hast du dich gestoßen laune verderben wird und uns ganz ganz oft noch töten aber wir haben etwas mehr batterie das ist sehr gut du besser scheiße zieh ich ja der zu ja ein bisschen herum natürlich scheiße er hat von vorne laufen irgendwo drunter versteckt und dann zack 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 nun nun dann drunter er hat es doch nicht gesehen ich versuche ich zannere türeizube ja wir müssen mich da und dann irgendwie da ist mal nicht ja ich habe gerade so leichter langlaufen sehen das war ungewollt aber ist was trauen kümmer uns ja egal egal das meinte ich okay der sieht uns aber nicht endlich leute das erste mal dass wir batterien gefunden haben gut dass das auch deutsch übersetzt ja ich habe dich auch ganz doll lieb was machen die dafür ich sehe gerade übrigens den schlüssel aber ich glaube wir mit dem aus okay sind mehrere schlüsse ich weiß es nicht der schluss ist jetzt auf jeden fall weg der die tür eingerannt gott hast wir kommen jetzt wieder zurück ja ist dass das hier es ist das aber nicht mal wenn ich verließe ja klar geht jetzt die tür auf ach man sondern schön dunkel hier das ganze spiel ist durch was krematorium da ging die tür geboxt aber ich weiß nicht ob das bringt mal gucken was passiert wo wir hier lang ich habe ein bisschen schlüsse liegt hier irgendwas leuchtet hier irgendwas nein irgendwie hoch ich muss mir die wände im auge behalten ich weiß nicht wofür die tür ist da hat er doch gegen geboxt müssen wir sollen wir wir fangen zu uns noch mal was ja nein 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 nicht nicht stehe dein akku geht gleich alle ist er tatuiert nein 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 oh nein ich glaube bisher durch scheiße ist der drauf jetzt nicht lang wir können mir lang was bringt uns das ja das hat ihm wehgetan ich möchte vorne rechts eigentlich nicht lang weil da war glaube ich das habe jetzt gedacht wir kommen hier auf die komplett andere seite und wieder zu ihnen aber dem wort zum glück auch nicht so ist das hier speisekammer zu verstecken das wäre falsch ja auch sagt mir nicht wir müssen da lang gehen warum bin ich dann überhaupt hier nur batterie zu verschwinden kacke sagt mir nicht wir können jetzt das ding hier aufmachen und aber auch nichts drin ich will ja eigentlich von wegen extra springt uns wieder irgendwas an diese ist ist kein ausgang irgendwelche bilder von irgendwelchen geistlichen und so ich weiß nicht ob wir nachfüllen sollten oder nicht gerade komme ich noch mit der batterie dem was wir haben aus die batterie ungern verpulvern da ist natürlich habe ich glaube ich gesehen das sind vorhin spieler in der sackgasse wisst ihr was was da vorne jetzt wirklich ist wo geht es denn dann ich will doch nicht zu dem typen hin nicht für totes und müssen auch jetzt heißer in die steine oder kann ich mir jedenfalls jetzt bei der anderen seite nicht machen was ist an der seite alles klar jetzt erinnere ich mich gerade dass er doch die batterie verfeuert haben ja los komm hoch hoch sag dich ich verkasparen hoch geht doch geht doch ich dachte jetzt fällt der das ist manchmal ein bisschen komisch mit dem ganzen springen und so jetzt nicht einen auf beyblade machen ja das sieht ja alles sehr sehr sicher aus das ist doch wohl weiter von wo von wie von was von wegen ja moin kollege doch ruhig weg bleiben ok ich glaube wir müssen ich glaube ich kann jetzt aufbrechen da müssen wir lang hier hat einer campiert hübsche gemacht und nebenbei im fetzigen rock gehört wahrscheinlich nena mit 99 Luftballons so zack boah dass er keine schuhe an hat ich glaube ich habe die batterie gesehen ja will ich haben sagt junge besorgt der dringend schuh was ist das ich auch um die füße wickeln bitte erschreckt mich jetzt nichts um so viele leute auf am weit da gehe ich noch nicht lang mal gucken oh bitte der typ ist doch hier irgendwo ich weiß nicht ob es das glückste ist ich komplett im hell zu bewegen ich habe noch nicht gesehen wo ist er da ist er los da ist er los da ist er los da ist er los hier hier weiß ich nicht mehr weiter scheiße schneller grenzer grenzen scheiße oh gott der durch der ist wieder dicke ja ja moin er hat uns überlebt die gebraucht oh warte zum ok ist das ein 2 oder einer ich weiß nicht ob das so glück wäre ne 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 ich mach da nichts auf ihr könnt ich wollte aber wieder zu liege maustaste ich drücke ich sag dazu vielleicht kann es auch nur die ne ne da ist der verrückte gustav gustav gilter da gehst du nicht lang das er will hardcore kuscheln das willst du nicht der macht hause was das gas habe ich halt noch ein bisschen durch das mache ich habe schwierigkeit mich zu konzentrieren vogel so was ist da jawohl aber nicht müssen wir aber irgendwas rüberklappen ich weiß es noch nicht ist das hier lang nein der typ ist wahrscheinlich tot ich gehe mal ganz kurz zurück vielleicht habe ich etwas übersehen ja lecker ist jetzt noch einer drin ich soll das gaszeug ding das kacke wie auch immer abstellen wo geht es dann lang wir müssen doch bestimmt wieder irgendwo drüber klettern hier? zack nee hier irgendwie hochkommen würdest du irgendwann die batterie ich brauche es irgendwie im dunkel zu sehen weil ihr seht es ja selber ach dass er auch nichts kaputt schneiden kann oder so alter dein ernst und ich sehe es nicht ich bin ein doofes schwein manchmal naja lass das ist der Fallen gemacht was gibt es hier? ich brauche Dokumente so so lässt es euch durch hier da können ich bin da sogar glaube ich gekommen da macht das spiel irgendwo wer was kaputt bitte lass nicht diesen seltsamen Typen sein ohlala zermatscht wieder einer seinen Kopf oh ja ich habe es doch gesagt warum machen die das? das macht doch keinen Spaß glaube ich jedenfalls na gut die Bescheid Spaß zu machen es ist doch gut ja hier lang ich glaube wenn wir die Tür aufmachen wird der ziemlich böse weil dann haben wir ihn seine Freizeitbeschäftigung genommen wo geht es jetzt hier weiter nachlachsack in Teil 1 was heißt Teil 1 im normalen Outlaws hast du dich so gut zurecht gefunden in die hier steht es jetzt so eine kacke hier können wir da drüber sprinten und alles was ist das hier drin? ein sehr sehr freundlicher dunkler Raum was ist das? kann man das drücken? nö kann man nicht da ist zu ich weiß nicht ob mir das alles gefallen war da ist das so komische Knöpfer es ist mir zu dunkel ich hab Schiss da ist das so komische Geräusche auch das hat so komisch Geräusche ja rein mit dir du willst du denn das nächste? was bringt das? kommt man doch nicht weiter oder wir werden gleich verfolgt und jetzt wahrscheinlich da so in wirklichkeit weiter denn hier ist alles ja ich war auch noch mal geschichte gibt es das ist auch dead end und hier ist nicht so ganz was soll das alles batterie wäre nicht schlecht die ganze zeit hier so käse passiert oh scheiße ich glaube wir sollten es anders versuchen das war jetzt so in hell der hätte uns noch gesehen habe ich mir gedacht ja ja nein eigentlich nein ich will noch nicht sehen und alles andere auch zeigt mich vor meinen eigenen schatten leichter stecken so hier ist auch zu kann man rein war nichts interessanten kann die decke los das wird schon richtig irgendwas drücken alles klar jetzt auf einmal so kann man drücken da das ding aber leute die folge ist lange an genug ich bedanke mich fürs zu sehen wir sehen uns an der zielstelle bei der nächsten aufnahme sein tschau